Ach, den machen wir jetzt gleich fertig. 100%. Ja, die ist echt blöd. Falsche Schlange auf jeden Fall, ja. Da, da. Ah, guck mal, das ist der Rucksack. Sehr nice. Den brauchen wir gleich. Jo. Oben Gang runter, okay. Sehr gut. Schwierig. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Warte, wir müssen mal kurz gucken. Die Waffe. Habe ich Messer? Jo, ich habe Messer. Die sind wahrscheinlich echt, echt pfiffig, die Leute, ne? Irgendwas zum Werfen? Nein, leider nicht. Schade. Wie denn, wo steht der denn hier? Sag mal. Geht's noch, oder was? So die richtige Action hier. Den Gang herunter, ne? Hallo. Oh. Oh, der kommt weg. Schade. Sturmgewehr. Oh, das ist ja nett. Scheißrückstoß. Scheißrückstoß. Moin. Lautlos. Ja, ihr könnt auch lautlos machen, ja. Mahlzeit Toffeebär. Grüße. Hallo. Sicherlich. Oh ja. Super Glitch. Kuckuck. Du bist tot, Ass. Scheiße, oh, die sind echt gut. Ich glaube, das wäre nix. Das wäre, scheiße. Nein, das wären zu viele. Ja, ja, ja. Partner-Kurz gibt es da nicht. Einfach auf den Link klicken, Kali, und dann ist der schon direkt hinterlegt, Kali. Werden die 5% direkt abgezogen? Ach so, guck mal, der hat das hier gespeichert. Ist ja nice. Wo ist er eigentlich hin? Hier lang, ne? Das ist ja kein Sturmgewehr. Lol. Jo. Und danke dir für die Nutzung des Links, was ja was Schönes findest. Hä, sind wir jetzt ganz woanders? Hä? Hier, was stimmt doch jetzt gerade nicht, oder? Hier kommen wir nicht durch. Es waren von einfach zu viele, ist richtig. Ah, da vorne sind die. Ah, hier. Okay. Alles klar. Ach du Scheiße, es kommen gleich beide rein hier, ne? Oh, nee. Ist aber scheiße. Das sind echt zu viele Leute, ne? Das sind wirklich zu viele. Ach du Scheiße. Gucken, ob die KI hier IQ von 500 hat. Bin gespannt. Wir haben hier einen. Guck mal, KI von 500. Lol. Wenn ich den jetzt nochmal mit so einem Ding enttöten kann, ne? Ist ja los. Aber den Schmuggler ist weg. Lol. Hä? Das Licht ausschalten? Ne, das bringt nichts auf ihr Bär. Ne, 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 ne. Das, äh, die sind nicht so schlau. Nicht verlieren! So schlau sind die nicht. Lell. Nicht, das macht gar nichts aus. Wir haben noch ein Messer. Achtung. Ah, jetzt geht er da rein. Schade. Selten nämlich. Ja, KI, äh, 15.000er IQ. Ja. Ja. Scheiße. Schnell weg. Schnell weg. War zwar jetzt nicht so schlau, aber immer besser als vorher. Oh ja, wir speichern mal eben fix. Ei, ei, ei. So. Kann ich nicht mehr was herstellen? Nee, nee. Sind halt immer noch zu viele, ne? Ach du Scheiße. Wie viel sind das denn? Ei, ei, ei. Da ist noch einer. Komm, komm, geh rein. Den können wir gleich nochmal mitnehmen hier. Ich hoffe, die... Ach, aber der... Nein, die sehen uns gleich. Drei, vier Stück, Leute. Das ist aber echt wild. Nee, nee. Hat ich immer zu werfen? Nee, schade. Leider nicht. Boah, die kommen jetzt alle hier lang. Oh, nee. Das war echt bitter. Oder wir unterlaufen die, ne? Das können wir natürlich auch machen. Die kommen von allen Seiten, ne? Boah, wie viele Leute sind das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Die kommen hier rum, ne? Die müssen wir gleich mit dem Messer töten. Oh, oh. Die kommen näher. Scheiße. Scheiße. Ist der da drüben? Der ist weg. Aufs Schwärmen. Scheiße. 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 Mann. Wir müssen echt mehr Stealsen hier. Mehr Steals. Mehr Steals. Mehr zählen. Ja, natürlich. Wer ist der denn her? Oh, ich seh ihn. Verdammt nochmal. Los, Hände weg von ihm. Geht das? Okay, hat nicht geklappt. Schade. Ich wollte es mal ausprobieren. Okay, wir sind tot. Ja, ich weiß. Ich weiß. So. Du kannst sie anlocken, wenn du klopfst oder sowas wirfst. Ja, das weiß ich. Das weiß ich doch, wie wer. Aber wir haben nichts zu werfen da. Das ist halt unser Hauptproblem gerade. Ich habe halt hier nichts gefunden, was man werfen kann. Aktuell. Jetzt einfach an dem vorbeischleichen. Das wäre natürlich der beste Weg. Irgendwie. Ja, das war's wieder. Man. Da liegt irgendwas? Man könnte natürlich auch Sprengfallen werfen, ne? Bist du das, Schmuggler? Da ist er! Bei dem Schalter! Das habe ich gesehen, der Idiot. Hör ihn! Rück auf! Okay! Da liegt ein Stein. Den habe ich gerade erst gesehen. Er darf nicht... Hier ist er! Der Korridor! Ah, hier ist auch ein Stein. Sehr gut. Komm, nehm auf. Granaten genau nicht. Ja, es ist... Los, weiter suchen! Was zum Teufel? Scheiße! Jetzt kommen wir von allen Seiten, ne? Ah, ich wusste es, ey. Ja, ich wusste es. Nein, ich wusste es, ey. Scheiße! Da sind die alle, ne? So Sprengfallen, ne? Muss man mal gucken. Ob die halt was bringen, ne? Es sind nämlich nicht mehr so viele. Aber wir können mal kurz speichern. Kommen sie, kommen sie. Die Frage ist, laufen die da auch durch, ne? Wir könnten natürlich hier lang gehen. Ja, ich glaube, der läuft da gleich durch. Oder auch nicht. Noch ein Messer haben wir noch. Die laufen halt alle auf einem bestimmten Weg, ne? Kann ich da hinten auch lang? Gucken mal. Nee, ne? Nee, hier ist zu. Wir müssen da lang. Ah, wir haben einen Stein gefunden. Sehr gut. Das heißt, wir können die da hinten hinlocken, ne? Da so. Was zum Teufel? Da liegt noch irgendwas. Geht da hin, geht da hin. Komm, komm. Nichts hier. Hat nichts gebracht, ne? Die sind nicht so leicht abzulenken, die Leute, ne? Jo, bis dann, Zombie. Können wir hier was anderes herstellen? Nee, ne? Ey, guck doch die ganze Zeit hier rüber, der Dickchen. War eine Scheiße, ey. Was ist denn? Was ist denn belastend, ey? Irgendwelche Überraschung für mich? Hä? Oh, der ist da. Oh, der ist auch noch einer. Ach, nee. Guck mal, wie viele das hier sind, Leute. Das ist echt der Wahnsinn, ne? Warte mal. Wir schmeißen das mal da hin. Da kommt einer. Komm, geht weiter, geht weiter, geht weiter. Verdammt. Abknallen? Naja, sind nicht mehr viele, aber die haben eine gute Schusskraft, ne? Und da hinten sind bestimmt noch mehr. Guck mal da. Von wegen sind nicht mehr viele. Eins, zwei. Das gefällt mir nicht. Komm. Oh, oh, der löscht allein. Aufpassen. Oh, oh, der löscht allein. Wir müssen hier lang, ne? Werft ihr die Dinger vor die Füße? Ja, das hätte halt auch geklappt. Wir müssen hier lang, ne? Ja. Oder? Hier, England. Aufpassen. Ich hab den Schmuggler entdeckt. Oh. Du bist... Die Frage ist, kommen jetzt die anderen von da hinten auch noch? Oh. 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 Zwei Stück, ne? Das ist jetzt nicht so viel. Ich dachte, erwischt. Speichern? Ja, ja, ist schon klar. Hab ich schon gemacht. Wir können den ablenken, ne? Hier ist er nicht. Suchen wir weiter. So. My friend. That's all. So. Können wir noch irgendwas herstellen? Ne, ne? Schade. Erstmal wieder speichern. Es ist echt heftig, das Game. Okay. Macht schon mega Bock, ne? Ah, da müssen wir rein. So. Jetzt haben wir hier erstmal alle so ausgesperrt. Und wir müssen nach oben, ne? Die Frage ist, reicht das schon? Oder lauern da wieder Leute auf uns? Auf die Bude hier. Ist der Raum hier? Ne, ne? Nein. Ah, da vorne wahrscheinlich, ne? Ah, hier. Da geht's raus. Jetzt nicht rein. Da hinten ist ein Licht. Ah, da müssen wir rein. Ach du Scheiße. Ach du. Kacke. Was soll das denn? Was soll das denn funktionieren, Leute? Ich geh mal hier in die Umkleidekammer. Alter, wie viele Leute sind denn da? Da kommst du noch nie im Leben durch. Wir speichern nochmal hier. Wahnsinn. Muss ich die jetzt alle töten, oder was? Das ist ja maximal wild. Kannst du einstellen, ja. Wie gesagt, wenn du es ausgewählt hast, ist alles schon vorinstalliert. Geh direkt los damit. Vielleicht noch ein paar... Die Treiber werden auch alle installiert. Vielleicht nochmal updaten und so weiter. Und dann geht das streng nicht an. Jaja, ich bin schon dabei, Leute. Ich bin schon dabei. Oh, oh, oh. Wir sind zwei direkt. Wahnsinn, Wahnsinn. Kommt der hier raus? Ach, du Scheiß. Kommt. Kommt. Wo ist der? Wir können hier durch, ne? Ja. Da ist noch ein Stein. Da können wir ablenken. Wir müssen trotzdem hier vorbei, ne? An den hier. Scheiße. Wir sind also drei Stück, Leute. Boah, wir müssen ja echt alle ausschalten. Das ist ja mega schwer. Warte mal, kommt gerade die Taunze einer? Ne, ne? Also, die linke Seite haben wir schon mal frei. Ja, sehr schön. Freut mich. Viel Spaß auf jeden Fall damit. Viel Spaß damit, Carly. Und danke für den Support, ne? Dankeschön. Boah, ich komme hier nicht rüber, ey. Guck mal, der geht weiter. Die Frage ist, komme ich hier auch woanders lang? Ne. Wir müssen hier lang. Aber das Problem ist, die drei, vier Leute da. Und wir müssen da rein. Wahrscheinlich, ne? Die bewachen ja alles hier. Habe ich nicht noch irgendwas anderes? Ah, so eine Rauchbombe. Jo, Leute. Da sehe ich mich. Eine Rauchbombe haben wir noch. Schmuggler, hinter dem Schalter. Ich muss hier rein. Mach zu, mach zu, mach zu. Alter. Mann, 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 Mann. Let's go, let's go, let's go. Das hat geklappt. Komm. Lauf. War das hier? Was machen Sie hier? Ich gebe Sie Ihnen nicht. Sie widerliches Schwein. Harry, halt Sie knappe. So. Sehr gut. Oh, komm, schnell raus. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, jetzt müssen wir mit Ellie hier rausstelzen. Das ist ja richtig krass. Wo kommen wir raus? Komm, 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 komm. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Da ist, da ist, da ist hier Fire Exit. Wir haben es geschafft. Yes. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke dir. Vielen lieben Dank. Boah, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, ey. Wir haben es geschafft. Wahnsinn, Wahnsinn. Und mein Handy ist leersichtbar. Wir haben es geschafft, ey. Äh. Haben wir hier? Oder doch? Du kannst sie nicht retten. Doch. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar klickenden Stücke gerissen wird? Mann. Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joe. Sie wird gar nichts spüren. Natürlich nicht. So, Leute. Oh, echt ein geiles Spiel gewesen, oder? Jetzt mal ehrlich. War ein geiles Game, oder? Oder was meint ihr? Da ist sie. Guck mal, da ist sie wach. Was ist für Klamotten? Was ist passiert? Dankeschön, Weiße. Oh, Marlene hat es uns gehen lassen, ne? Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immer. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Wir haben aufgehört. Er hat sie erschossen. Ist leider so. Der zweite Teil kommt für PC erst nächstes Jahr, Leute. Ende nächsten Jahres. So, er hat Marlene erschossen, ne? So, soll sie abgehauen? Das war Last of Us Part 1. Oh, richtig, richtig geiles Game. Und ja, ich werde den zweiten Teil spielen, wenn er Ende nächsten Jahres rauskommt. Also für den PC, ne? Für die Konsole gibt es das ja schon. Ja, das glaube ich mal so. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ist noch hier, ne? Epilog und so. Internet war weg. Ach, Sky. Wir haben sie gerettet. Ich gehe jetzt mal. Jo, tschüss, tschüss. Jetzt kommt noch der Epilog, glaube ich, ne? Irgendwie schon, ne? So. Ja, noch ein paar Minuten. Ja, so ein bisschen wärmer noch. Aber jetzt spielen wir auch zu Ende, ne? Leute. Ich muss gleich mal ein bisschen was essen, ey. Ich habe gar nichts gegessen heute. Was habe ich denn gegessen heute? Ähm, ja. Ein Apfel, glaube ich. Und Kaffee. Oder zwei. Ach, guck mal, wie nice. Guck mal. Ey, der Ausblick, ne? Einfach mega nice. Sie sind süß, die beiden, ne? Ja. Ja, es ist, glaube ich, auch so die verlorene Tochter, die, äh, Joel halt, ne? Vor 20 Jahren verloren hat, ne? Und die erinnert ihm halt so ein bisschen dran, ne? Die erinnert ihn halt so ein bisschen dran, ne? Ey, ich helfe dir. Yep. Genau so ist es, ne? Es ist halt wirklich so, ne? Das ist halt wirklich so. Ey, warte. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und Und sie hat gesagt Setzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Oh Mann, ey. Und dann war es Test. Oha. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was noch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Ich schwöre es mir. Aber es. Schwöre mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwöre es. Oha. Ich bin mal gespannt. Okay. Das war's, Leute. Ein richtig geiles Game gewesen, würde ich sagen. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, Last of Us Part 1 ist vorbei. Ende nächsten Jahres zocken wir dementsprechend das nächste, ne? Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Muss mal kurz hier was einstellen. Äh, machen wir mal den hier. Gut. Joa. Schönes Ende, auf jeden Fall. Ist halt so, ne? Hat auf jeden Fall sehr, sehr, äh, viel Spaß gemacht. Also mir hat es sehr viel Spaß bereitet. Das heißt, äh, da wir auch heute, äh, fertig geworden sind mit, äh, mit, ähm, Last of Us, starten wir nächste Woche ein neues Game, ne? Dazu dann, äh, später mehr, ne? Sehr, sehr cool. War auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ne? So, machen wir den hier. Sehr schön. Ist dann, äh, auch wieder sowas mit Mutanten? Was? Hogwarts? Nein, Harry Potter ist Hogwarts Legacy, äh, Sky. Harry Potter ist es. Hogwarts Legacy ist, äh, Harry Potter. Aber der zweite Teil natürlich, ja klar. Da geht's ja natürlich da weiter, ne? Und der zweite Teil, den spielen wir dann Ende nächsten Jahres auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So. So, Leute. Ich sag, äh, hier auf YouTube schon mal Ciao, ne? Für alle die Leute, die das auch auf YouTube gesehen haben, äh, die auf Twitch, da bleib ich gleich noch mal kurz dran. War ein sehr, sehr geiles Spiel. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und, äh, ja. Gerne auch bei Hogwarts Legacy einschalten, ne? So, Leute. Wir sind, äh, warte mal. Wir sind, äh, warte mal.